zu verzögern jessica kommst du mit ja ein freundschaftlicher partnertausch sollte uns auf trepp halten verstanden wir kümmern uns um den virus ihr verschafft uns zeit okay die geht überall sogar unter wasser das sollte die dinge aufhalten okay er versteht es einfach nicht was für ein langweiler wie leicht ist er vergeben jessica ok wen schwimmen jetzt sie wieder na super impulsgranate ok Ja, dann ab runter, will man sagen, ne? Wo müssen wir denn hier? Warte mal, halt. Es wird knapp, meine Luft wird knapp, glaube ich, schon wieder. Hm, das Vieh brauche ich nicht. Das war nur ne Luftkamera. Was packt dieses Etwas mich ans Bein? Das, wie kann man hier noch holen? So. Nein, Emilio. Wie ist der denn da schon hingekommen? Ja. Gibt halt Speedy Gonzales hier. Ups, Alter. Und wer hat jetzt diesen Schlüssel hier? Wir hatten auch noch keinen Schlüssel dafür. Der Schlüssel war auf der Semiramis. Wenn die Schiffe baugleich sind, ist das Labor... Ja, woher hat Eddie denn? Okay. Ja, sieht schon irgendwie sauberer und laborlicher aus. Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall sehr interessant wird hier gleich. Hm. Fingerabdrücken. Na super. Okay. Registriere Fingerabdruck. Fingerabdruck. Registrierung. Fertig. Halt dann einfach deine Hand auf. Ja. So. Können wir mal gucken, wie wir noch was haben. Da haben wir noch was. Gucken wir mal was. Oh, Impulsgranate. Das ist auch nicht schlecht. Geht. Da war dann genauer. Nicht der schnellste System. Dekontaminiere. Bitte warten. Geht mir okay. Weiter. Was zur Hölle. Alter. Alter. Alter, der lebt immer noch. Ähm. Alter. Mit Schild und dem ganzen Kram. Das hat ja gerade mir ordentlich Munition gekostet. Ja, ich behalte lieber trotzdem das Ganze, wie wir es jetzt gerade haben. Na komm. Das war nicht ohne. Ehrlich, da müssen wir uns Gedanken machen. Ist da gerade ein Brief. Steht auch Mr. Coolman-Donard. Äh, 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 äh. Ähm. Ja. Der Virus muss irgendwo hier im Forschungsbereich sein. Also das ist das Geheimnis des... Alter Verwalter. Ähm. Ähm. Ja, ne sehr kleine Tür. Ich hoffe, uns erwartet da jetzt nichts größeres. Eigentlich ist das Schiff ja gerade im Untergang. Wir befinden uns immer noch drauf. Naja. Wird anscheinend spannend. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann lass uns mal weiter sehen, wie es uns noch hier weiterführt. Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Jessica! Warum hast du auf ihn geschossen? Raymond? Irgendwas hat sie damit zu tun. Irgendwas, weil sie hätte nicht umsonst geschossen. Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terra Grigia. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Okay. Spannend geht es weit her. Auf jeden Fall. Kein Ausweg. Eieieiei. Klingt dramatisch. Wird dramatisch wahrscheinlich. Mal sehen. Nö, ne? Die Deppen wieder hier. Gut, gut, gut. Das Ding ist unglaublich. Er friert sich ja noch. Was zum Teufel hast du getan? Was zum Teufel hast du getan? Na, okay. Sag nicht, dass die Batterie leer ist. Oh, Mann. Das Positive ist, wir sehen bei dieser Verschwörung allmählich klar war. Wir müssen zum Flughafen zurück, und zwar sofort. Hey Mann, warte. Niemand zu Hause. Sogar das andere Team ist abgehauen. Also was machen wir denn eigentlich hier? Ja. Alles okay. Ich habe uns eine Hintertür offen gelassen. Ich kann uns mit jedem PDA reinbringen. Ach ja? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wenn meine Theorie stimmt, ist die Wahrheit über Veltro und auch nicht spruchreif. Was? Du Witze? Ich will voreilige Schlüsse vermeiden. Ich brauche mehr Infos. Oh Gott. Das sind beides... Code. Ich hoffe nur, er hat eine starke CPU. Das wäre klasse. B.O.B. Ich wusste bald schon. Tja. Aber nicht die ganze Zeit. Was? Wen juckt's? Schießverdammt. Na... Vor mir doch nicht die Tür vor der Nase zu. Nein, keine Zeit für Verschwörungstheorien.